Musik Wir liegen zwar noch viel im Schnee, aber wir machen weiter und weiter und weiter. Und ich finde, das merkst du halt auch aus den Projekten. Die haben aus den Projekten auch unglaublich viel gelernt. Du machst es zum ersten Mal und es ist echt geil. Da, wo ich wohne, gibt es ja sowas nicht. Für mich nehme ich mir nach Hause so, dass ich einfach mal mehr auf Leute zugehe, die so anspreche. Das macht voll Spaß. Wir sind alle so herzlich und es gefällt mir. Ein Selbstbewusstsein. Ich kann jetzt Kurven fahren.